Hey Leute, was geht es mit Moss Wanted und dem letzten Rennen, was wir zu tun haben? Dieses Rennen habe ich schon einmal gemacht, da ich irgendwie ein paar Probleme jetzt gerade habe mit Moss Wanted. Und zwar, ja das werdet ihr dann am Ende des Videos erfahren, schaut es bitte an, damit ihr mir helfen könnt, wenn ihr wisst wie das geht. Ja, weil irgendwie... Ja und ich bin mal wieder letzter am Start. Ich bin schon. Aber dann... Muldig verlaufen. Schau, Mensch, noch. Dritter... Aber komm schon, ich will dritter sein, wenigstens. Ey... Was ist denn da denn hier? Selbstverlust, ey, das lässt mich nicht gewinnen. Ja, es wird nie gewinnen, heute. Nein... Ja... Scherz, ne? Wey... Ha, entschuldig, eigentlich wusste ich nicht mehr. Zweiter, okay. Haha... Oh mein Gott, meine... Fuck! Oh ja, entschuldige, zweiter, das wird eigentlich sehr knappe, oder? Oh mein Gott, das ist gerade scheiße. Ich hatte einen Dumpensturm, so. Ich muss mich schon sagen. Aber ich bin schon schon weit gekommen. Ganz klar. Yes, ich wusste es doch. Und jetzt einfach mit Gas geben. Einfach mit Gas raus. Ein Rücksichtstock-Vorliste... Okay... Schon hab ich wieder ein Windvorbruch angefangen. Das ist nicht so wahr. Das würde wieder also ein relativ kurzer Fort werden, wofür ich mich schon entschuldigen würde, aber ich weiß irgendwie grad nicht mehr bei den Trassenweißern. Naja. Die Friesen ist rausgebrochen. Ich älteres Netzstand. Ach, ich kann schon mal wieder. Stopp. Warte, wieder einholen, 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 einholen. Ja, jetzt mach ich mal, jetzt mach ich mal. Ich gewinne am Abstand, yeah. Lech. No, yeah, no, yeah. Das ist echt toll. Die Leute kommen bestimmt, kommen die Korps, ja super. Ähm, ja Leute, ich sag euch gleich mal, wo ich hingespielt hab, weil ja die Aufnahmen leider verschulden ist. Ich habe gespielt bis, ähm, eine Trainerin hab ich in der Pfanzerlena schon gesiegt und natürlich auch in der Pfanzerlena geschafft. Also, tut mir leid, aber schon hab ich gelöscht. Vielleicht tue ich das nochmal irgendwie nach, weil, ich hab euch ja gesagt, das ist Spannung von euch. Ohne Antwort nochmal den Anfang, das ist eigentlich so lustig. Ich wäre, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre, um den Anfang in der Richtung, äh, den Anfang weggelassen, oder? So kann es bei meinem ersten Video. Nein, nein. Also. Wow, wow. Okay. Go. Go, go, go. Okay. um zu entdecken um zu entdecken soo das ist die die schwarzen die schwarzen die schwarzen die schwarzen nur und die 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 Da fährt er wirklich sehr schnell, der noch mal richtig aus. Ach so, der Duft... Oh, jetzt Drift and Lion. Okay, gewonnen. Ja, okay, sofort zum Unterschlupf. Okay. So, das Speicher ist jetzt mal ganz kurz. Ja. Okay, und jetzt guck mal. Bei Blacklist 15, da steht ja jetzt hier 2 herausfordern, aber irgendwie... Ich hab zwar die Taste 2 bei mir belegt, aber dann kommt das hier immer. Und das darf eigentlich nicht kommen. Und bei der Tastatur bringt mir das nicht viel, weil ich hier keine Taste 2 offenbar hab oder so. Nein. Also, das ist etwas scheiße. Fuck, jetzt hab ich es minimiert. Oh, das seht ihr zum Glück.